Herzlich Willkommen im Gaming Room von SmackBoom, herzlich Willkommen zu Herr Rock Zockt und heute habe ich euch was ganz besonderes mitgebracht. Heute, was willst du hier? Das ist ja der Jörn und das ist der Björn und das ist jetzt erstmal meins. Herzlich Willkommen zum Erntag. Heute haben wir etwas ganz besonderes mitgebracht und zwar, was wollt ihr hier? Irgendwie wird mir das zu viel gerade. Heute gibt es was ganz besonderes, denn heute gibt es auf die Fresse. Heute, mein lieber Björn, ist der Tag, an dem wir den Erscheinungstag von Super Mario Party für dich versauen werden. Okay, vier Booms? In einem Raum? Und das ist kein Podcast? Da wollen wir doch erstmal sehen, wer hier wirklich der Beste ist. Ja. Ja.